Servus zusammen! Ich begrüße euch heute wieder aus unserem Pomade-Shopper-Quartier, unser Showroom in Otto-Brunn, zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo. Ich mache heute wieder eine mittelfeste Pomade für euch und zwar passend zur letzten Pomade vom Andi, die Uppercut, auch aus Australien, die King Brown Pomade. King Brown ist eine, wie gesagt, australische Marke, die hat vier verschiedene Produkte im Angebot, nämlich auch eine matte Pomade, eine Creme Pomade und natürlich auch zuletzt eine wasserbasierte klassische Gel-Pomade. Ich mache natürlich für euch heute die ölbasierte Pomade, ist eine mittelfeste, fällt also in meinen Zuständigkeitsbereich für die Reviews. Zum Produkt an sich, das ist früher nur in Australien erhältlich gewesen oder über Australien direkt. Inzwischen hat es endlich auch die Marke geschafft, nach Europa zu kommen und wir haben das große Glück, dass wir als Pomade-Shop sie exklusiv für Deutschland vertreiben. Das erste Highlight von diesen Pomaden ist allein schon die Verpackung, weil es gibt ja nur relativ wenige Pomaden, die so eine quadratische Dose haben. Die meisten sind ja rund und deswegen springt die gleich sofort ins Auge. Sieht richtig geil aus, die Dose ist direkt bedruckt, nicht mit einem aufgeklebten Label. Besonders geil ist, dass alles hier so leicht erhoben ist, richtig schön geprägt, der Schriftzug mit der Schlange, mit dem Logo. Also sieht aus wie eine kleine Tabakdose oder erinnert schon fast an eine Lunchbox. Wenn man dann die Dose öffnet, läutet einem diese weiße Pomade entgegen, man sieht schon so, dass die ein bisschen glänzt. Riecht gleich mal dran, vom Duft her ist es extrem geil. Es riecht richtig schön süßlich eher, so vielleicht eine leichte Vanillenote ist drin, aber auch so ein bisschen rauchige Kirsche ist rauszuriechen. Ein Kollege hier sagte, die riecht original wie Pfeifentabak. Also ich finde es einfach nur richtig geil, so ein Mix aus süßlich und rauchig. Genau, dann werde ich es euch gleich mal zeigen. Meine Haare sind jetzt schon leicht feucht. Ich habe mir gerade noch eine Wasserbasierte Pomade ausgewaschen, weil ich heute Morgen nicht ungestylt aus dem Haus gehen wollte. Aber jetzt kann ich mir schön mit der King Brown einmal eine klassische nachschmieren. Zur Festigkeit, wie gesagt mittelfest, also da geht es super easy raus. Nehmen wir mal den ersten kräftigen Finger voll, da werden sicherlich noch ein paar Finger folgen. Also geht auch zum Verreiben richtig, 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 richtig easy, weil es wie gesagt eine mittelfeste Pomade ist. Das ist super schön geschmeidig, ein bisschen klebrig, aber schon sieht man nichts mehr. Und dann werde ich es mir mal in die Haare einarbeiten. Also das geht immer von der mittelfesten Pomade ganz easy, super geschmeidig. Das ist der erste Finger, den ich nachnehme. Das selbe nochmal. Ich möchte ja wirklich alle Haare von oben bis unten benetzt haben, um den besten Styling-Effekt rauszuholen und mir meine Haare schön hinzulegen und Volumen zu geben. Na ja, jetzt sind wir schon fast fast in der richtigen Menge, aber der Finger muss natürlich was sein. Zu viel Pomade geht nicht. Also noch ein drittes Mal. Schön von oben bis unten alles durch, schön verreiben, dass keine Körnchen oder Schlieren mehr in den Haaren zu sehen sind. Wobei das bei der Pomade wirklich eigentlich kein Problem ist. Die lässt sich wunderbar verarbeiten. Gut, dann habe ich es mit der Dosierung fürs Erste. Ich nehme meinen Kamm zur Hand. Ich benutze heute den Herkules Segel, meinen Griffkamm. Den mag ich besonders gerne, weil er schön stabil ist. Er hat eine schöne, gute Stärke und schönen Griff. Da kann man richtig gut durch die Haare durchkämmen, ohne viel Kraft aufzuwenden. Was jetzt allerdings bei der King Brown eh nicht vonnöten ist. Das ist dann vor allem für feste Pomaden sehr vorteilhaft. So, das Durchkämmen. Super easy. Obwohl ich eine gute Menge Pomade natürlich jetzt drin habe, lässt sich das ganz, ganz einfach durchkämmen. Ich kann es mir prima nach hinten legen. Einfach, wenn ich möchte, ein Slickback machen. Aber ich möchte natürlich meine Tolle aufstellen. Also den Scheitel natürlich schön abtrennen. Hinten legen. Dann hinten festhalten und einfach oben nach vorne ziehen. Ein bisschen Volumen rein machen. Ein bisschen auftopieren. Die Haare, die hier zur Seite weg stehen, die kann man einfach wieder nach hinten legen. So, ihr seht vielleicht schon, dass es ein bisschen dezent glänzt. Allerdings, der Glanz hält sich auch in Grenzen. Also es ist ein sehr seidenmatter Glanz. Nicht besonders stark. Es ist keine besonders ölige Pomade, aber es ist dennoch ein bisschen Glanz da. Vielleicht die ein oder andere mittelfeste, ölbasierte Pomade hat einen etwas stärkeren Glanz. Zum Beispiel die Small Badge 5050 von Murrays oder die Voodoo Island von Highlife glänzt ein bisschen stärker. Aber auch hier habe ich ein bisschen Glanz. Also ganz matt ist die nicht. Da müsste man dann eher zur Schwesterpomade greifen, wenn man eine ganz matte Pomade haben möchte. So, hinten noch ein bisschen aufgeräumt. Also Stylingfaktor wirklich 1a. Ganz leicht anzuwenden. Hält super. Sieht aus wie vorher. Passt. Hier passt er nicht ganz. Achja, die Frisur ist nie perfekt. Deswegen habe ich immer auch ein Kamm in der Hosentasche natürlich dabei. Gut, dann passt soweit. Bin sehr zufrieden. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Der Duft ist jetzt hier im ganzen Raum, ist richtig, richtig, geil. Das ist so mit einer meiner absoluten Lieblingsdüfte von allen Pomaden, die wir hier so haben. Für Fans von mittelfesten Pomaden auf jeden Fall zu empfehlen. Also es ist wirklich ein richtig, richtig geiles Produkt. Macht alles, was man von einer mittelfesten Pomade erwartet. Also macht einen guten Halten mittelfesten und hat einen schönen, leichten Glanz, sehr dezent und hat einfach einen richtig, richtig geilen Duft. Wenn ihr Pomadefans seid, sei euch mal auch dieses wunderschöne Pomadebuch dort hinten empfohlen. Da liest ihr alles über klassische Pomaden nach und über Haarbürsten, über Frisiercremes und auch über Hairtonics und über klassisches Hairstyling. Ist super informativ, von unserem Chef geschrieben, dem Stan Soldan, der den Pomade-Shop gegründet hat. Und er hat dann eben sein ganzes Wissen in dieses Buch einfließen lassen. Also nur zu empfehlen, falls ihr echte Pomadefans seid, dann müsst ihr das daheim im Bücherregal haben. Die King Brown Pomade kriegt ihr natürlich bei Pomade-Shop, aber ihr könnt es auch mal bei eurem Barber nachfragen. Die verbreitet sich jetzt so immer mehr auch in den Barber-Shops hier in Europa und in Deutschland und deswegen fragt einfach mal nach über die DART und dann kann er euch die mal zeigen. Und dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr euch die Tau gleich mitnehmen, schaut einfach mal. Ansonsten wäre es das für heute von mir gewesen. Wie gesagt, King Brown, Mittelfest, top. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage wieder schon aus Ottobrunn, der Blue.